Wieder gespannte Blicke und das Warten auf die Hunde. Hilfst du mal? Ja. 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 Ja, sehr dankbar. Vielen Dank. Wir sind hier im Parkhaus. Ja, im Moment, dann sind wir da drüben bei den Steinen. Das stimmt. Ja, das ist so, wie es aussieht. So. Haben Sie den Adressen ausgetauscht? Ich habe jetzt die Adresse von der anderen Baume hier gekriegt. So, von Ihrer Schwester auch? Nee, das sollte ich jetzt über Sie kriegen. Aha. Ja. 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 Ich habe den schon bei mir eine Familie angepriesen. Das ist auch eine schöne Größe. Das ist auch eine schöne Größe. Das ist auch eine Größe. Das ist auch eine schöne Größe. Das ist auch eine große Größe. Das ist auch eine Größe. Das ist auch eine Größe. Hallo Samira, Ella, Ella. Die Skalibnaufeln sind in der drüben bekehrt, weil sie ihnen ganz gut helfen. Sie ist aber ganz gut mit dem Buskischir. Sie macht sich auch ganz gut. Schwänzchen ist zwar noch unter dem Bauch. Du bist ja ganz warm, Samira. Wie geht's Ihnen? Ganz warm. Danke. Ich hab die eine, die wir uns gemacht haben. Die war dann gar nicht erst mal so schwarzreich. Die war da jetzt wieder. So Dina, ich fahr. Einmal auf und noch einmal. Ja. 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 Die Ankunftsvideos. Die Kuchen. Sie kennt das, jetzt jeden Montag hier. Wir sind jeden Montag hier im Mond ab. Ja. Na gar nicht, ne? Das heißt, die Leute kennen das schon, ne? Machen wir mal Aufnahmen. Ist das nur von mir? Ja. Das ist alles von den Hunden. Ja. Hups. Du geht's besser, ne? Ja, ne? Und tschüss. 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 Ja, ja. Das dauert ein bisschen. Du kommst auch gleich raus. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich draufgezei. Ja, super! Ja. Ja, super! Ja, und das war ja auch gar nicht, aber... Ja? Ja?